Wir sind heute schon angekommen auf der Hochwildstädel, aber das ist 2748 Meter, aber wie gesagt, einmal und nie wieder. Wir bringen über 1700 Höhenmeter zusammen und jetzt sagt die Uhr auch 8,24 Kilometer der eine Strecken. Jetzt noch einmal weiter unter die Seen, hinten draußen, der dritte seht es gar nicht, dass wir weg sind. Das war schön. Schönes Panorama. Da drüben ist der Hochkolling. Auf dem WD seht es nicht so. Du seht es nicht so. Der Spitz da vorne in der Mitte ist der Höhlstein. Da drüben ist der Hochkolling. Spauterzinken. Da drüben ist ein Kampfspritz, da drüben ist der Krimi, der Hölle. Ja, es ist schon anstrengend. Wir sind um 7 Uhr weggegangen und waren um 1 Uhr da. Mit der Pause. Die Räne geht es nicht um 5,5 Stunden. Geil, oder? Aber das Panorama. Einmal voll noch. Da oben, wenn ich sehe. Jetzt können wir das ganz höchste Druck haben. Ich kann wieder weg. Und fertig, freut es ja schon. Aber es geht zum nächsten Heimwert. Aber es ist auch anstrengend, ja. Also. Schönen Tag noch. Und viel zum Glättern, die Füßen. Ja, richtig verbrochen. Schönen Sonntag noch. Führt euch. Da unten ist der Ries auch gesehen. War ja auch schon. Also, tschau. Kakao.